Musik Das war das allerletzte Mal. Wenn ich sage am 23., dann meine ich am 23. Wie stehe ich denn vor meinen Kunden da? Ein Baustoff-Großhändler, der kein Schnellzement auf Lager hat. Ich mache mich doch lächerlich. Das nützt mir jetzt auch nicht, dass ich ihm das leidt, Brügelmann. Ja, ja, selbstverständlich finde ich sofort einen Lieferanten, der zuverlässig ist als Sie. Ja, sofort. Lassen Sie nur meine Sorge sein. Ja, Sie haben ganz richtig verstanden. Ich storniere. Alles. Natürlich auch den Trastzement. Sie sind vertragsbrüchig. Hallo? Hallo? Brügelmann? Deine Frechheit. Ich sage dir, der ist in drei Monaten pleite. Ich fand ihn eigentlich immer ganz nett, wenn der mal hier war. Ich gehe gleich los. Ich muss mich um die Sache kümmern. Was ist? Du hast es vergessen. Was denn? Ach so, den Zahnarzt. Also ich verspreche dir, du wirst es überleben. Nicht den Zahnarzt. Der wievielte ist heute? Der wievielte, der... Der wievielte... Englchen, du denkst doch nicht, ich hätte den Geburtstag vergessen. Hast du wohl. Hab ich nicht. Ich doch nicht. Niemals. Für dich herzlichen Glückwunsch. Wir gehen heute zum Italiener und feiern. Okay? Wenn ich den Zahnarzt überlebe. Ich rufe dich nachher an. Deine Zahnarzt-Panik ist nicht zu fassen. Wolltest du nicht längst weg sein? Schau ja. Leer. Und was tun wir da rein? Genau. Die ganze, ganze Angst. Nicht aufmachen. Erst nach dem Zahnarzt. Das ist schon viel besser. Na siehste. Was ist denn das? Hast du mir das da reingetan? Du bist ein Verbrecher. Wunderschön. Vielen Dank. Also, bis später. Also. in deines Ciao. Boah. ắ? Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin dir aber schön Vielen Dank, mein Sohn Ist deine alte Mutter schon 45 Und wie alt ist der? Der ist ganz frisch Du, die Trikots, die brauche ich bis morgen Abend, ne? Mhm Hast du gar keinen Ursaft? Ja Sag mal, kannst du mich vielleicht zum Zahnarzt fahren? Bis da raus in die Pampa? Nee Und wenn du mir dein Auto leihst? Mama Der ist nagelneu Hm Das ist Handwäsche Das ist eine Überraschung Ach nee Mama, das tut mir leid Ich hab Tobi extra angerufen und gefragt und er hat gesagt, er kauft ihr ein Buch Typisch Macht doch nichts, ihr wisst eben beide, was von ihr Lieblingsblomen sind Das ist doch schön Ich glaube, er will zu dir Was hält du denn, mein Schatz? Ich find meinen alten Tennisschläger nicht Kann ich den von Papa nehmen? Auf gar keinen Fall Hübsch Von Papa Mhm Mama, kannst du Jonas dieses Wochenende wieder nehmen? Natürlich Hm? Oh Meine Haare Ich muss zum Zahnarzt Ähm Brauchst du dein Auto heute vormittag? Ya kötje Bis zum Zahnarzt Los 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 Ich glaube schon. Ich habe das aber lieb, das ist doch... Frisch drin. Hm? Zum Italiener. Stuttgart. Wann kommt er denn wieder? Wieso Glückwunsch? 45. Tschüss. Hallo! Schreie. 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 Musik Oh, 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 Entschuldigung Alles in Ordnung? Ich habe gleich geahnt, dass die irgendwie gefährlich sind Aber ich fand sie einfach unwiderstehlich Oh, danke schön Ich finde sie auch unwiderstehlich Vor allem in diesen gefährlichen Schuhen Die sind ja noch gefährlicher, als ich dachte Also, noch mal vielen Dank, ich muss da mal Wohin denn? Weiter, ich muss weiter Guten Tag! Wie kann ich Ihnen helfen? Ich hätte gerne ein Zimmer Doppel oder einzeln? Und bleiben Sie übers Wochenende? Nur eine Nacht, ein Einzelzimmer Wissen Sie was? Ich mache Ihnen einen Vorschlag Unser schönstes Zimmer ist gerade frei geworden Das gilt zwar als Doppelzimmer, aber ich kann es Ihnen ein bisschen billiger geben Sagen Sie mir Ihren Namen Theresa Jessen Theresa Das hat was Ich bin Annette Also wenn Sie es nicht als Trampolin benutzen, hält es Sicher? Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist dieses Zimmer wirklich super Allein schon wegen dem Meerblick Ja Wunderschön Ich war so lang nicht mehr am Meer Ich kann Ihnen nur empfehlen, morgens als erstes im Bad zu sein Das ist die Mailbox von Richard Jessen Nachrichten bitte nach dem Signalton Immer deine blöde Mailbox, Richard Du, ich habe was ganz Verrücktes gemacht Ich bin einfach nach dem Zahnarzt im Bus gestiegen nach Usendom Hätten wir schon längst mal machen sollen Es ist wunderschön hier Ähm, ja, ich bin morgen wieder da Achso, ja, hoffentlich warst du erfolgreich in Stuttgart Hm? Also ich melde mich später nochmal, ja? Kuss, kuss, kuss Weißt du, man gießt erst den Liqueur ein Und dann entweder den Champagner oder den Kuss, je nachdem, was der Kunde möchte Ah, Sie müssen Frau Jessen sein Herzlich willkommen, das hier geht aufs Haus Vielen Dank Ich bin Elisabeth Rosenbauer, mir gehört hier dieser Palast Wollen Sie wirklich nur eine Nacht bleiben? Müssen Sie zurück zu Ihrem Mann? Oh, pardon, Sie sind ja gar nicht verheiratet Geschieden? Dann bleiben Sie doch noch ein paar Tage Vielleicht treffen Sie jemanden, der Sie auf andere Gedanken bringt Eine Frau, die nicht verheiratet, ist es nicht automatisch geschieden, Betty Stell dir vor, es gibt Menschen, die nicht gleich bei jedem Anflug von Herzkloppen zum Standesamt bringen Betty war siebenmal verheiratet Oh Gott, wie anstrengend Hätten Sie mich mal genommen Ich habe immer nur geheiratet, wenn es die große Liebe war Was glaubst du, warum ich hier seit zehn Jahren vor Anker liege? Weil du über deine Jugendsünden nie hinweggekommen bist Weil ich 1945 schon gewusst habe, dass du mein Hafen bist, Elisabeth Wenn die Mauer nicht gewesen wäre Wärst du mir den ganzen kalten Krieg über auf die Nerven gegangen So waren es nur die letzten zehn Jahre Die gefährlichen Schuhe Ich habe sie gar nicht erkannt Ich bin erschüttert Sebastian Schneider Barpianist, Rom, Paris Tagsüber, Bootsbauer Freut mich Das ist die Mailbox von Richard Jessen Nachrichten bitte nach dem Signaltun Nachrichten bitte nach dem Signaltun Morgen Moin, moin allerseits Morgen Wo ist denn der Käppen? Das wüssten wir auch gern Was haben Sie denn gemacht? Entschuldigung Sie sind ja ein Schatz Die Dame hat christliche Nächstenliebe geübt Das war doch nur Frühstück Ich nehme Ihr Geld nicht Meine Hüfte hat mich heute schmählich im Stich gelassen und Annett hat frei Ich weiß überhaupt nicht, was ich ohne Sie getan hätte Es hat mir Spaß gemacht Fangen Sie bei mir an Was meinen Sie, wie schwer es ist, gutes Personal zu finden Ich fand es schön bei Ihnen Kommen Sie bald wieder Alles Gute für Sie Danke Danke Richard, ich habe dich gestern nicht mehr erreicht Engelchen, ich bin schon in Hamburg Das hat sich ganz kurzfristig ergeben Ich bin am Weg zum Flughafen Ich musste einen wichtigen Geschäftspartner abholen Weißt du, einer von denen, um die man sich besser persönlich kümmert Sag einmal, könntest du denn noch mal so ein richtig gutes Essen zaubern So wie neulich für die Schmidt-Bauers Also wirklich toll Nein, nein, das habe ich nicht abgehört Wieso? Ich bin auf Osedom Ich wollte mal was Schönes machen Ja, wieso hast du mich denn nicht gefragt? So was kann man doch absprechen Ja, wir hatten ja eine Absprache Wir wollten zusammen feiern, dann bist du nicht gekommen Ach, jetzt bin ich auch noch schuld Weißt du eigentlich, was ich momentan für Ärger habe? Dafür kann ich doch nichts Ja, für wen mache ich mir denn diesen ganzen Stress? Doch nicht für mich Mir wäre es lieber, wir würden mal zusammen Urlaub machen Urlaub? Für was brauchst du denn einen Urlaub? Hallo Was habe ich denn gesagt? Ist egal Frau Rosenbauer Was würden Sie davon halten Wenn ich in ein paar Tagen zur Hand gehe Und Sie mich dafür weiter beherbergen Hallo Theresa Was machst du denn da? Wo ist denn deine Mutter? Keine Ahnung, die hat meine Wäsche vergessen Wieso kannst du eigentlich deine Wäsche nicht selber waschen? Meine Frau ist sicher gleich da Kann ich Ihnen meinen Sohn vorstellen? Tobias, Herrn Frau Brandisi Herr Tobi Es tut mir leid, meine Frau ist sicher aufgehalten worden Da ist sie ja Sie entschuldigen mich für einen Augenblick Ja, äh, wollen Sie sich setzen? �호 in in , we we und beim Ist was mit Ihrer Frau? Ich verstehe das nicht. Entschuldigen Sie. Mama hat sich einen Job gesucht. Was denn für einen Job? Mama kann doch gar nichts. An der Ostsee. Das ist mir sehr unangenehm. Was mache ich denn jetzt? Pizza, Quattro Stagioni. Aha. Sie sind ja noch hier. Ja, ich hängte Frau Rosenbauer ein paar Tage aus. Das ist gut. Jemand wie Sie ist genau das, was hier fehlt. Was meinen Sie, Hermann? Sie haben den Überblick, kapieren gleich, wo man anpacken muss. Ich? Sie aber auch. Jemand sollte Ihnen die Insel zeigen. Dafür habe ich keine Zeit. Ich bin der Beste, den Sie dafür kriegen können. Das glaube ich. Ich ziehe mich schnell um und sage meinen Jungs Bescheid. Auch meinetwegen müssen Sie sich nicht umziehen. Bei uns war das ganz selbstverständlich. Mit Fünf-Flöten-Unterricht, Langsangsunterricht. Ich wollte Opernsängerin werden. Ich hatte sogar schon einen Studienplatz. Ja, und? War nur so ein Traum von mir. Schade. Ja, vielleicht. Haben Sie immer die richtige Entscheidung getroffen, Jemling? Das hat keiner vermisst. Wissen Sie, mein Vater, der hat sich mit dem Betrieb abgerackert, bis zum Gehtnichtmehr. Er konnte nichts aus der Hand geben. Jeden Morgen um fünf aus der Koje, sonntags um sechs. Meine Mutter hat sich so gefreut, als er endlich in Rente gehen wollte. Sie dachte, jetzt fahren Sie mal weg zusammen. Weiter als Wollgast. Ja, dann hat sie ihn erwischt. An seinem letzten Arbeitstag. Herzinfarkt. Meine Mutter hat das nicht verkraftet. Sie ist ein Jahr später gestorben. Es tut mir leid. Bei Ihrer Beerdigung habe ich mir geschworen, Schluss aus. Ich war Projektingenieur beim Schiffbau. Ich habe dauernd im Flieger gesessen. Ihr am Telefon. Kinderfehlanzeige. Und jetzt bin ich einfacher Bootsbauer. Aber ich habe Zeit, den Barpianisten zu spielen. Und bei ordentlichem Wind mache ich den Laden dicht und segle raus mit meinen Jungs. Geht alles? Klingt, als wäre das die richtige Entscheidung gewesen. Nicht für meine Frau. Wir sind seit drei Jahren geschieden. So ist das. Alles hat seinen Preis. Hm. Ich weiß, was Sie meinen. Herr Rieser. Ach, Frau Strewing. Ja, wer? Der Mollenhauer. Ja, der soll warten. Was, hab ich nicht gesagt, dass ich eine Viertelstunde später komme? Verdammt. Oh, mit der kommen wir nicht mehr weit. Wir sollten es als großes Frühstück verkaufen und 5 Euro mehr nehmen. Das macht dann 10 Euro. Ja, genau. Genau. Also, gelb, flüssig, blau, plammweich und grün, hart. Richtig? Richtig. Ich hab denen gesagt, dass wir die einzigen sind, die Frühstück mit unterschiedlich hartgekochten Eiern machen. Da haben wir ja drin ganz schön geguckt. Ist doch ein toller USP. Ein was? Unique Selling Proposition. Was uns keiner macht, ist eine Marketingstrategie. Gekochte Eier ist Marketingstrategie. So was haben wir früher in der Schule nicht gelernt. Das haben wir auch nicht in der Schule gelernt. Alles Eigeninitiative. Ja, total gut bei Vorstellungsgesprächen. Und wir haben uns damals Sorgen gemacht, ob uns auch der Richtige zum Tanzen auffordert. Ja, schön blöd. Im Gegenteil. Aufregend war das. Ich hab sogar immer noch das Kleid, das ich bei meinem Abschlussball anhatte. Das ist doch auch von dir, Tante Betty, oder? Mhm. Hübsch. Sieht toll aus. Unternehmensberatung. Mhm. Nicht schlecht, oder? Na, Engelchen, das ist ja schön, dass dir das Spaß macht, aber noch eine ganze Woche? Was meinst du damit, wir sind alle erwachsen? Und wir sind eben nicht alle erwachsen. Deine Tochter ist gerade im Anmarsch. Willst du ihr bitte erklären, warum du sie am Wochenende hängen gelassen hast? Wieso hab ich das doch nicht gemeint? Jetzt sei doch nicht so empfindlich. Papa, kannst du ihn bitte nehmen? Ist ein Notfall, wirklich. Ich hol ihn in zwei Stunden wieder ab, ja? Hallo, Theresa? Nina! Es gibt keine schlechten Autofahrerinnen. Es gibt nur schlechte Beifahrer. Verstehe. Gut. Ines, ich kann's einfach nicht. Ich bin zu doof. Ich sollte besser zu Hause bleiben. Da kann ich wenigstens nichts verkehrt machen. Ach, Quatsch. Jeder kann einparken lernen. Ich hab mich nur ein bisschen verschätzt, was die Stunden betrifft. Wir brauchen halt ein paar mehr. Und, ist das so schlimm? Schau, Jonas. Schau, ein kleiner Elefant. Tönig süß. Und der Löwe. Hm? Ist das schön? Gefällt dir? Ja, ihr Essen hier. Gut, dass ich sie noch erwische, Herr Mollenhauer. Es tut mir leid, dass das vorhin schief gelaufen ist. Ähm, ich wollte noch mal mit Ihnen über den Preis sprechen. Ja, mehr als 14 Euro pro Kilo kann ich nämlich nicht zahlen. Ich ruf Sie in 5 Minuten zurück, ja? Ah, sehr schön. Eigentlich kann ich hier schon aussteigen. Ich lauf ganz gern noch ein Stück am Wasser. Ja, okay. Danke, dass du dir so viel Mühe machst mit mir. Hm, noch mal halb lang. Tschö. Tschö. So, und wenn jetzt eine Bosche in der Eckscheibe sichtbar ist, legst du ganz stark nach links ein. Okay. Hier, du hast auch so eine Auslandsgrossponente. Ah, die suchen jemanden mit Erfahrung. Oder ich werde ANA bei einer großen Plattenfirma. Dann könnte ich dich groß rausbringen. Ich bräuchte nur ein Demo-Tape. Gerade zurück, rechts einschlagen und hier links einschlagen. Und zack. Ja, aber ich lande dann immer am Bordstein. Meinst du nicht, ich bin ein bisschen zu alt für sowas? Hm, na ja, keine Beuge, aber Spatenprogramm. Klassik. Du siehst doch noch ganz gut aus. Und dann weißt du erst noch weiter. Du fährst rein und dann ist ein Stück, das... Unverschämtheit! Wenn man sich in dieser Absteige nicht mal die Haare waschen, reicht es nicht, dass es durchs Fenster regnet. Ich werde mich beschweren. Dann wird diese Bruchbude geschlossen. Ging Ihnen das heiße Wasser aus, als Sie gerade unter der Dusche standen? Ich weiß, wie lästig das ist. Ich hole Ihnen ein Handtuch. Und Sie trinken ganz in Ruhe einen Cocktail. Und wenn Sie den ausgetrunken haben, ist wieder heißes Wasser da. Gibt's den umsonst? Selbstverständlich. Können Sie sich ein bisschen umsehen? Bitte? Ich weiß ja, dass drinnen repariert werden muss. Außen hoch und innen. Früher, als wir noch in Ferienheim waren, hat das keinen geschert. Glauben Sie mir, es haben sich alle bei mir sehr, sehr wohl gefühlt. Aber jetzt, ich kriege einfach das Geld nicht zusammen. Vielleicht sollte ich einfach draufgeben und alles verkaufen. Hallo, ich bin's, wir wieder da. Da ist ja mein süßer kleiner Spatzi Jonas. In meinen Fußboden kannst du nicht wenigstens deine Schuhe ausziehen. Was ist denn mit dir los? Wird echt Zeit, dass Mama wiederkommt? Nein, findest du. Da ist sie offenbar anderer Ansicht. Du kommst überhaupt nicht klar ohne Sie, stimmt's? Wahnsinnig. Kommt wunderbar klar. Von mir aus kann sie wegbleiben, solange sie will. Ach. Du brauchst gar nicht so zu Grenzen. Schau dich da rum. Ist alles tipptopp hier. Ich möchte mal wissen, wann deine Mutter das letzte Mal den Tiefkühlschrank abgetaut hat. Was eigentlich denkt sie, hier bricht alles zusammen ohne Sie. Von wegen. Also, für mich ist es richtig blöd. Mit Jonas. Ich verstehe das nicht. Sie war noch nie allein weg. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich wohlfühlt dabei. So toll ist das nämlich nicht, wenn man daran gewöhnt ist, dass immer jemand da ist und plötzlich ist er nicht mehr da. Und gestern zum Beispiel bin ich nach Hause gekommen und habe ich angefangen, laut mit ihr zu reden, bis mir eingefallen ist, dass sie ja nicht da ist. Weißt du, wie man sich da vorkommt? Wie der größte Idiot. Mama vermisst dich bestimmt auch. Also nochmal bitte ich sie nicht zurückzukommen. Wenn sie gar nicht wiederkommen will? Was soll denn das heißen? Natürlich will sie zurückkommen. Und wenn nicht, dann muss ich sie eben holen. Du hast doch immer noch uns, Papa. Du hast doch immer noch uns, Papa. Du hast doch immer noch uns, Papa. Du hast doch nicht so lange mehr. Das ist doch nicht so lange. Du hast doch nicht so lange. Du hast doch nicht so lange. Du hast doch nicht so lange. Was ist das für ein Mund? Ein wunderschöner Raum. Warum wird der nicht mehr genutzt? Die Leute haben keine Lust mehr zu tanzen. Die gehen lieber früh ins Bett. Das ist aber schade. Theresa? Ja? Haben Sie einen Moment Zeit für mich? Ich habe noch zu tun. Ich helfe Ihnen. Nein, Frau Strehling, Sie rufen mich immer vorher an. Ob es wichtig ist oder nicht, das entscheide ich schon selbst. Nein, Sie fragen nicht erst den Schmidbauer. Herr Gott, nochmal. Haben Sie mir nicht zugehört? Was? Ich rede nicht mit Ihnen wie mit meiner Frau, Frau Strehling. Ich möchte Ihnen etwas geben. Ich habe ein Lied für Sie geschrieben. gary, Frau Strehling. Das haben Sie für mich gemacht. Ich habe mir beim Schreiben immer vorgestellt, dass Sie singen. So was Schönes habe ich noch nie geschenkt gekriegt. Aber... Was? Das ist ja ein Liebeslied. Ich weiß. Ich weiß. Sebastian. Zu mir oder zu dir? Warte mal, das ist so lange her, dass ich... Ich muss erst mal zu mir kommen. Vielleicht später? Das weiß ich noch nicht. Du dich noch einmal ausz persons. Ich bin immer durch. Gut, dass Sie kommen, Frau Jessen. Wir haben einen reizenden Gast. Und ich habe gar keinen Überblick, welche Zimmer schon abgelichtet sind. Herr, mein Gast? Ja. Guten Abend, Frau Jessen. Wir haben sehnsüchtig auf Sie gewartet. Was für ein entzückendes Kleid. Was? Sie waren wirklich sehr geduldig, Herr Neumann. Richard Neumann. Brauchen Sie einen Ausweis? Aber nein. Wir haben vollstes Vertrauen in Sie. Naja, das beruht ganz auf Gegenseitigkeit. Bringen Sie den liebenswürdigen Herrn auf sein Zimmer. Was ist heute das? Warum hast du nicht angerufen? Könntest du was mit den Kindern? Wir müssen mich verwechseln. Ich glaube nicht, dass wir uns hier begegnet sind. Ich würde mich bestimmt erinnern. Eine Frau wie Sie. Wie? Bist du sauer auf mich? Können Sie mir bitte mein Zimmer zeigen? Ich hatte einen ziemlich strapaziösen Tag und bin jetzt sehr müde. Richard, ich finde das nicht lustig. Hier. Vielen Dank. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich kann nicht schlafen. Wollen wir nicht vernünftig miteinander reden? Ihr Outfit wird ja immer extravagant. Das ist von Elisabeth. So, so. Von Elisabeth. Kannst du mir verraten, was du hier eigentlich treibst? So kenne ich dich gar nicht. Ich fühle mich sehr wohl hier und ich würde mich freuen, wenn du mich mal... Möchtest du mir vielleicht etwas sagen? Wollen Sie nicht hereinkommen? Vielleicht bin ich ja ganz anders, als Sie denken. Wenn Sie mich erst einmal näher kennenlernen. Das ist alles nicht so einfach. Entschuldigung, das habe ich auch nicht gedacht, dass alles so einfach ist. Ich glaube, ich gehe jetzt lieber. Neuer ist gleich fertig, Annette. Ich dachte, ich gehe den Damen ein bisschen zur Hand. Das ist aber süß von Ihnen. Billiger wird es trotzdem nicht. Das ist wirklich schrecklich süß von Ihnen. Machen Sie das zu Hause auch? Oh, wenn Sie wüssten, ich bin der beste Tellerwäscher rechts der Elbe. Ah, Sie sind auch in der Gastronomie? Wenn Sie Arbeit hier auf der Insel suchen, wenden Sie sich an mich. Ich kenne mich aus. Das stimmt. Ich könnte hier auch viel coolere Jobs machen. In der Möwe bin ich nur wegen Tante Betty. Familie. Sie wissen ja. Oh ja, da könnte ich Ihnen Geschichten erzählen. Ach ja? Hallo? Äh, ja, ich... Moment mal. So, jetzt kann ich entschuldige. Ja. Ah, nein, später ist schlecht. Ich rufe dich nachher nochmal an, okay? Tschüss. Wo ist hier eine schöne Blumenwiese? Ja. Ihr saust jetzt los und pflückt mir Blumen. Ja, aber mindestens so lang. Und nicht klauen. Nur von der Wiese pflücken. Da gibt es 20 Cent pro Stück. Herr Schmidt-Bauer, haben Sie mich schon ruiniert? Nein, nein, ich ruf Sie gleich zurück. Und wer die schönsten Blumen bringt, der bekommt 5 Euro extra. Also los. Nein, 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 nein. Türkis macht Sie zu blass. Aber warten Sie mal, vielleicht, vielleicht was hier. Haben Sie das alles aufgehoben? Ich habe mich immer nur von meinen Männern getrennt, nie von meiner Garderobe. Nein, das ist zu brav. Sie brauchen etwas... Haben Sie keinem einzigen hinterher geweint? Irgendwas Gewagteres. Mehr Dekolleté. Hinterher geweint? Ein Mann? Niemals. Abwechslung ist für mich das Salz in der Suppe. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, das glaube ich. Aber Sie sollten sich ruhig mehr trauen. Ach, wann war das denn? In den Zwanzigern? Das tut schick, nicht wahr? Meine Mutter hatte damals die ganze Berliner Schickeria im Haus. Warten Sie mal. Ich glaube, ich habe da was in dem Stil. Haben Sie nie versucht, den Saal wieder so herzurichten? Ach, Sie wissen doch, die Banken sind nicht gut auf mich zu sprechen. Ist denn das Abendkleid? Vielleicht könnte ich Ihnen helfen. Da ist es ja. Was haben Sie da eben gesagt? Sie wollen mir helfen? Ja, schon? Ach, Sie... Sie sind ja ein Engel. Eröffnung. Abendgarderobe. Champagner-Cocktails. Jazzmusik. Nicht in diesem Kleid. Die Männer werden Ihnen zu Füßen liegen. Der ist gerade keinen Erfolg. Er ist natürlich gut. Ich komme schon wieder zurück. Ich habe heute Nacht keine Sekunde geschlafen. Ich kann es kaum erwarten. Dass ich dein Lied singe. Für Sie, Frau Jessen. Schöne Blumen für eine schöne Frau. Eigenhändig gepflückt. Eigenhändig? Wer hat die wirklich gepflückt? Darf ich Sie für heute Abend zum Essen einladen? Ich habe einen Tisch reserviert im besten Restaurant der Insel. Sie müssen nur noch Ja sagen. Was ist, wenn ich Nein sage? Dann werde ich Sie jeden Abend wieder fragen. Und ich werde nicht abreisen, bis Sie meine Ernährung angenommen haben. Bitte. Merken Sie nicht, dass ich nicht mit Ihnen essen gehen will. Es wäre nett, wenn Sie uns einfach in Ruhe lassen könnten. Uns? Was heißt denn hier uns? Ich muss mit dir reden. Entschuldigen Sie uns bitte. Was für wunderschöne Blumen für mich. Bitte. Sie sind doch nicht etwas selbst gepflückt. Sie haben nicht zufällig ein Fernglas im Haus? Theresa, es ist mir ernst. Das weißt du. Ich bin verheiratet und ich lebe seit 25 Jahren mit meinem Mann zusammen in Hamburg. Du bist verheiratet? Aber wo ist dein Mann? Bist du glücklich mit ihm? Das ist es ja gerade. Ich habe mich nie gefragt, ob ich glücklich bin oder nicht. Ich war immer für ihn da. Das war einfach so. Seit ich hier gelandet bin, da merke ich, wie schön es ist, sein eigener Herr zu sein und Arbeit zu haben, für die man gelobt hat. Und wie wunderschön es ist, verliebt zu sein. Ich bin klar. Vielen Dank. Ich muss zurück Und wenn Sie jetzt die Faxe auf dem PC empfangen wollen Dann müssen Sie hier unten einfach nur umstecken Sehen Sie nach rechts Aber vielleicht kriege ich es auch hin, dass gleich alles über den Rechner läuft Dann müssen Sie mich jedes Mal an den Tisch und hier rumformeln Sieh an, der Herr Neumann richtet sich eine komplette Kommandozentrale ein Frau Jessen, machen Sie mir die Freude und gehen Sie heute Abend mit mir essen? Das ist ja wirklich verblüffend, dass es für einen Mann wie Sie so einfach ist, von hier aus zu arbeiten Ich hätte eher gedacht, dass Sie Tag und Nacht im Büro sitzen, weil ohne Sie der Betrieb zusammenbricht Nie Urlaub, Arbeit geht immer vor, ne? So kann man sich irren Ist ja offensichtlich kein Problem Ach und was Ihre reizende Einladung betrifft, heute Abend habe ich leider keine Zeit Ich mache Ihnen alles falsch Sie ist es halt einfach nicht gewohnt, dass sich jemand um Sie bemüht Und jetzt gleich zwei auf einmal Was du alles weißt Weibliche Intuition Was du alles weißt? Musik Musik Was ist denn hier los? Diesen tüchtigen jungen Männern ist gerade ein Auftrag geplatzt Und da habe ich zugeschlagen Auch damit sie gleich sehen, wo ihr Geld bleibt Jetzt habe ich die Hoffnung, dass mein Laden wieder auf Touren kommt Und wissen Sie, was das Schönste ist? Meine Hüfte, die tut mir heute kein bisschen weh Ja, aber ich muss das erst klären, warum haben Sie mich denn nicht gefragt? Sie müssen die Investoren sein Äh, ja Na, immer noch da? Ja Ist schön hier Finden Sie, die ganzen Baustellen Hier kann man sicher noch gute Geschäfte machen Ha, es sieht vielleicht so aus Ist aber alles fest vergeben, schon lange Dann kriegen Sie keinen Fuß in die Tür Sind doch sicher davon ab, wie geschickt man sich anstellt Täuschen Sie sich mal nicht Ich kenne die Verhältnisse hier auf der Insel Als Fremder kommt man oft nicht dahinter, was wirklich Sache ist Theresa Jessen zum Beispiel Die ist seit 25 Jahren verheiratet Und sie ist ihrem Mann treu Hätten Sie nicht gedacht, stimmt's? Ja Sind Sie sicher? Ich sage ja, ich kann die Lage hier besser beurteilen als Sie So ganz generell Ah, verstehe Ja, wenn ich noch eine Frage habe, werde ich mich sicher an Sie wenden Jederzeit Hätte ich dir gleich sagen können Patty ist kein Mensch, der lange zögert Die legt sofort los Dabei habe ich überhaupt keine Ahnung, ob ich das mit dem Geld so hinkriege Wovon hängt denn das ab? Du kannst doch erst mal mit jemandem reden Mach das mal so schnell wie möglich Das ist nicht so einfach Na, du hast das leicht, du bist immer so gerade raus und direkt Ich wünschte, ich könnte es auch Ach, was Ich weiß genau, wie schwer das manchmal sein kann, den Mund aufzumachen Vor allem, wenn man überhaupt nicht weiß, wie der andere reagiert Und je länger man wartet, desto schlimmer wird, oder? Das kann man wohl sagen Also Auf in den Kampf Wenn du wisstest, wie gut du es hast Musstest du dich ausgerechnet mit dem Sessel hier auf der Tanzfläche installieren? Seit zehn Jahren ist das mein Lieblingssessel Das ist in erster Linie mein Sessel Nur weil ich dir vor einem halben Jahrhundert das Herz gebrochen habe, hast du doch lange nicht das Recht, dich wie eine beleidigte Diva aufzuführen Die ganze DDR-Zeit über habe ich mich nach dir verzerrt Und wenn die Mauer nicht gewesen wäre Was hat das mit dem Sessel zu tun? Und im Übrigen möchte ich dich darauf hinweisen, dass du wieder seit zwei Monaten deine Miete nicht bezahlt hast Ach, Betty Wenn du so erregt bist, siehst du wunderschön aus Was glaubst du, wie schön ich es bin, wenn du dein Zimmer bezahlst? Du kannst unmöglich noch schöner werden Lass es doch einfach mal drauf ankommen Was passiert denn hier? Bald kann ich dir dein Lied im Original-Kulisse vorringen Unter der Dusche hätte mir gereist Ich kann Ihre Gesangsdarbietung kaum erwarten Hätten Sie vielleicht trotzdem Zeit, heute Abend mit dem Essen zu gehen? Herr Neumann, ich dachte, das hätten wir geklärt Hätten Sie was dagegen, wenn ich fahre, Herr Neumann? Das können Sie einem Kavalier nicht zumuten, Frau Jessen, selbstverständlich fahre ich Sie Ich fürchte, ich kann nur mit Ihnen essen fahren, wenn Sie mich ans Steuer lassen Theresa, mach jetzt kein Theater Dankeschön Entspannen Sie sich, Herr Neumann Gucken Sie mal aus dem Fenster Ich finde den Blinker auch ohne, dass Sie mir dauernd auf die Finger starren Entschuldige Du fährst erstaunlich gut Ich weiß Entschuldige? Oh Gott Was ist? Der Wagen ist völlig unversehrt Ich bin ein Danke. Bitte sehr. Bitte sehr, ich setze Ihnen Wohl. Was ist das? Teresa, komm bitte wieder mit nach Hause. Am besten gleich morgen. Du gehörst einfach nicht hierher. Ja, ich weiß, dass ich manchmal die reinste Landplage sein kann. Und das tut mir auch leid, aber ohne dich... Ohne dich bin ich nur ein halber Mensch. Möchtest du nicht meine Frau bleiben? Ich möchte dich dringend um was bitten. Alles, was du willst, Liebling. Ich brauche das Erbe von meinen Eltern, so schnell wie möglich. Was? Eben, das steckt fest in der Firma. Was willst du überhaupt damit? Das ist mein Geld. Ich kann damit machen, was ich will. Hat das irgendwas mit diesem Klimperheini zu tun? Bootsbauer. Und überhaupt, das ist nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Als du die Kronig-Baustoffe aufgekauft hast, konntest du noch viel mehr locker machen. Auf Anhieb. Und das Geschäft mit Schmidbauer vor zwei Jahren. Du willst nicht, das ist alles. Du hast dich echt verändert, weißt du das? Und nicht zu deinem Vorteil. Nicht zu deinem Vorteil, meinst du wohl. Haben Sie sich schon entschieden? Ja, ich glaube, ich bin gerade dabei. Die Rechnung, bitte. Gern. Du hast gerade eine halbe Flasche Champagner nicht reingeschüttet. Du willst immer nur, dass es bequem für dich ist. Ich soll schön drauf machen, was du willst. Du kennst ja überhaupt nicht um mich. Meinst du das wirklich? Dass du mir egal bist? Weißt du eigentlich, was ich derzeit für Verluste mache? Deinetwegen? Schmidbauer macht doch allein nur Blöds. Du Ernst. Riff auf! Richard? Oh Gott. Hörst du nur mich fahren lassen. Hallo, wir brauchen dringend einen Krankenwagen. Mach doch bitte auf. Ich weiß nicht, ob Alkohol das Richtige bei Hirnerschütterung ist. Nur ein winziger Schluck, das geht in Zimmer Nummer zwei, Neumann. Oh, danke. Ah, Theresa. Ja? Und du kannst natürlich dein Geld haben, wann immer du willst. Ich wollte es Frau Rosenbauer leihen für die Renovierung. Ach so. Und, mein Idiot, hab gedacht, dass du vielleicht mit diesem Bootsbauer durchbrennen willst. Oh, Richard. Dreckskerl. Schreib dir ein Lied für dich. Er kommt schon auf sowas. Schreib dir ein Lied für dich. Schreib dir ein Lied für dich. Du hast meine Seele tief berührt, hast mich mit deinem Blick verführt, mich mit deinem Licht erfüllt. Du kommst wie ein frischer Wind vom Meer. Ich fühlte gleich, es ist nicht schwer, einander zu verstehen. Du hast mich angesehen, aus Augen wunderschön und so ein Lächeln um den Mund. Du, du bist genau das, was mir fehlt. Mit dir möchte ich leben. Was ist hier eigentlich los? Geh nach Hause, Sebastian. Geh nach Hause, Sebastian. Das ist nicht dein Ernst? Das ist das Einzige, was hilft. Was findet sie bloß an dem? Es ist eine traurige Tatsache, dass die meisten Frauen auf genau solche Machos stehen. Und ich? Bin kein Macho? Du hättest mal sehen sollen, wie ich ihn umgehauen habe. Ein Mann, der auf die falsche Frau setzt, ist nun mal ein Schaf. Wart's ab. Die Sache ist noch längst nicht entschieden. Weißt du, woran ich gerade denke? Nein. Korfu. Die Nacht am Strand? Oh Gott, der kann so sein. Ist das alles, worum du dich erinnerst? Wieso war da noch was? Ich glaube, es hatte irgendwas damit zu tun, dass wir im folgenden Jahr Nina bekommen haben. Ich glaube, das hatte was damit zu tun, dass du gesagt hast, du willst aufpassen. Hast du dir manchmal gewünscht, es wäre anders gekommen? Ich weiß nicht. Ja, vielleicht. Manchmal. Meistens habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich war einfach zufrieden. Aber jetzt ist doch alles gut, oder? Eigentlich hast du mir als Herr Neumann sehr gefallen. Es hat mir gut getan, dass du dich mal um mich bemüht hast. Ich und diese Klimpe, Haini. Bootsbauern. Richard, ich hatte so Angst, dass du tot bist. Das war schrecklich. Ohne dich, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich will deine Frau bleiben. Ich liebe dich. Zu dir oder zu mir. Der Doktor hat gesagt, dass sich die Operation nicht mehr länger aufschieben lässt. Ausgerechnet jetzt. Wer soll sich denn hier um alles kümmern? Mit den Spritzen komme ich ja vielleicht bis zur Einfahrung über die Runden. Aber nach der OP, da... Ich erst mal weg vom Fenster. Sie müssen jetzt erst mal an Ihre Gesundheit denken. Ich... Ich habe mich gefragt, ob... Ob... Sie nicht vielleicht den Laden übernehmen können. Ich... Ich kann mir einfach niemanden vorstellen, der mir lieber wäre. Denken Sie doch mal drüber nach. Hm? Ich fürchte, das geht nicht. Ich habe doch ein Zuhause. Herr Schmidbauer, ja, das sehe ich ja ein. Sie haben das bis jetzt ganz gut gemacht. Aber es kommt überhaupt nicht in Frage, dass Sie das allein verhandeln. Nein, auf gar keinen Fall. Muss ich Sie enttäuschen. Ich bin heute Nachmittag im Büro. Ja, ja, na, wir sprechen uns noch. Engelchen, pack deine Sachen. Wir fahren sofort nach Hause. Ich habe einen Riesenauftrag in Aussicht. Das ist ja schön, aber da musst du alleine fahren. Ich kann jetzt hier nicht weg. Ich denke, wir haben uns wieder vertragen. Ja, natürlich, aber ich kann Elisabeth jetzt nicht im Stich lassen. Sie kann sich kaum bewegen. Das ist aber gut, ja. Also, es gibt genug Hotelfachkräfte, die dringend Arbeit suchen. Frau Rosenbau findet sofort irgendjemanden, den sie viel besser einsetzen kann als dich. Ich höre wohl nicht richtig. Du brauchst dich jetzt nicht länger zu verkriechen, Engelchen. Das haben wir doch geklärt, oder? Sag mal, vermisst du mich denn gar nicht, wenn ich nicht da bin? Also, ich tue das. Doch, aber ich habe hier zufällig Arbeit und Verantwortung, genau wie du. Das ist ja wohl nicht das Gleiche. Es hat sich nichts geändert. Es geht wieder mal nur um mich. Du erwartest doch nicht, dass ich deine Serviermädcheneskapaden ernst nehme. Du glaubst immer noch, ich tauge nur zum Hemdenbügeln. Frau Rosenbauer hat mir sogar angeboten, die Möwe zu übernehmen. Also, wenn du das tust, lasse ich mich scheiden. Ja, dann mach doch! Ja, mach ich auch. Ja, mach ich auch. Ich kann nicht reinkommen. Was ist denn passiert? Richard. Der Herr Neumann, das... Das ist mein Mann. Oh, das ist... Das tut mir leid. Wir lassen uns scheiden. Hast du... Hast du mal ein Taschentuch? Nee. Theresa, ich... Das heißt jetzt aber nicht, dass... Nicht? Nee. Warum willst du dich dann von ihm trennen? Hast du dir gleich die nächste gesucht, als deine Ehe kaputt war? Nein, aber das war auch ganz was anderes. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich muss jetzt erst mal für mich sein. Alles klar. Wie siehst du denn aus? Ich wollte, dass ihr es zuerst von mir erfahrt, ja? Ich habe alles Menschenmögliche versucht, aber... Eure Mutter und ich, wir haben uns... Ja, wahrscheinlich seid ihr demnächst Scheidungskinder. Soll das heißen? Papa hat es verborgt. Ich habe sie mit Blumen überhäuft. Ich habe von morgens bis abends den Hof gemacht. Ich habe jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Was machen doch nur frisch Verliebte. Ja, und ich. Ein Key Royale für Sie. Ja, gern. Jetzt fragt sie schon, Heinz. Tja, also, Annett. Wir haben mitgekriegt, dass Sie sich schon Gedanken machen, für später sozusagen. Mach es doch nicht immer so umständlich. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Ich bin Leiter der PR-Abteilung bei einem großen Konzertveranstalter im Ruhrgebiet. Dem Größten. Ich hätte für den Herbst noch eine Trainee-Stelle zu vergeben. Sie. Genau die Richtige. Willst du los? Bist du soweit? War das so? Heiratet nicht. Ich dachte, das haben wir geklärt. Du hast das geklärt. Deine Bloody Mary, Ines. Danke. Mein Gott. Siehst du großartig aus. Also, irgendwie ist das hier alles wie früher. Das bist du nicht, Betty. Bilde dir nur nichts ein, Hubertus. Du bist zwar ein fabelhafter Tänzer, aber heiraten werde ich dich deswegen nach wie vor nicht. Na denn. Danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe das große Vergnügen, Ihnen, Teresa Hessen und Sebastian Schneider anzukündigen. Teresa ist dafür verantwortlich, dass dieser wunderschöne Saal wieder zu neuem Leben erweckt worden ist. So schwer es mir fällt, ich habe eingesehen, dass meine Zeit hier vorbei ist. Aber ich habe eine würdige Nachfolgerin gefunden. Es ist mir eine große Freude, Ihnen zu verkünden, dass Teresa Hessen die Leitung der Möwe übernehmen wird. Bravo. Und jetzt singt sie für uns ein Lied von Sebastian Schneider. Gute Unterhaltung. Applaus Vielen Dank. Was ist denn? Ich gucke. Besser? Ich glaube schon. Noch einen Moment. Ich habe plötzlich so eine Panik gekriegt vor den ganzen Leuten. Lass dir Zeit, Theresa. Sebastian, tu mir einen Gefallen und spiel weiter. Kein Grund zur Sorge, meine Herrschaften. Der Auftritt verzögert sich nur ein bisschen. Dies wäre ein guter Moment, einen Cocktail zu bestellen. Ich weiß doch, wann dir die Nerven durchkriegen. Ich weiß doch, wann dir die Nerven durchkriegen. Was machst du hier? Wir wären schon viel früher da gewesen. Wir standen zwei Stunden im Stau. Wie? Du hast meine Seele tief berührt, hast mich mit deinem Blick verführt, mich mit deinem Licht erfüllt. Du kamst wie ein frischer Wind vom Meer. Ich fühlte gleich, es ist nicht schwer, einander zu verstehen. Du bist so herrlich klar, so unbeschreiblich wahr, wie eine Perle tief vom Grund. Du hast mich angesehen aus Augen wunderschön und so ein Lächeln um den Mund. Du, du bist genau das, was mir fehlt. Mit dir möchte ich leben. Die dunklen Tage sind gezählt. Du bringst mein Herz zum Beben. Du bist das, was mir fehlt. Ich möchte dich auf Händen tragen. Ich denk Tag und Nacht an dich. Bitte bleibe bei mir. Ich wünsche mir. Danke. Hallo. Applaus Bitte, Stadtender, du warst einsame Spitze mit mir. Wäre es dir vielleicht recht, wenn wir das mit der Scheidung lassen? Mal sehen. Ich werde mein Geschäft nach Husedum verlegen, damit du endlich kapierst, dass es mir um dich geht. Und um das, was dich glücklich macht. Mal abgesehen von mir. Bis du bleibst ein Verbrecher. Sie liebt mich noch und ich hatte schon meine Zweifel. Na? Tut es noch weh? Sieht so toll aus. Das hattest du öfter tragen. Blöder Matsch. Kein Schaf. Tja, für deinen kleinen Hosenscheiß ist das doch super. Dann kriegt er dich endlich mal zu sehen. Ich dachte eigentlich, du springst jetzt öfter mal ein. Vom intellektuellen Niveau seid ihr doch auf einer Wellenlänge, Jonas und du. Vergiss es. Ich mag Ihren Mann. Er macht zwar viel falsch, aber er macht auch vieles genau richtig. Das findet man selten. Ich weiß es. Deshalb verzeih ich ihm auch seinen Lügenmärchen, dass er nur mir zuliebe herkommt. Ich kenne ihn, der hat bestimmt was angeleiert hier. Gebt mir mal einen Kuss. Ja. Ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Es war gar nicht so einfach, ihn dazu zu kriegen. Sie? Ja. Du. Und ich dachte immer, du glaubst dich an die große Liebe. Das kommt drauf an. Du bist genau das, was mir fehlt. Mit dir möchte ich leben. Die dunklen Tage sind kürzisch. Du bringst mein Herz zum Leben. Du bist das, was mir fehlt. Ich möchte dich auf den Händen tragen. Ich denk doch noch an dich. Bitte bleibe nur bei mir. Danke. Danke, Royal für Sie. Ja, gern. Jetzt fragt Sie schon, Heinz. Tja, also, Annett. Wir haben mitgekriegt, dass Sie sich schon Gedanken machen für später sozusagen. Mach's doch nicht immer so umständlich. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Ich bin Leiter der PR-Abteilung bei einem großen Konzertveranstalter im Ruhrgebiet. Dem Größten. Ich hätte für den Herbst noch eine Trainee-Stelle zu vergeben. Sie. Genau die Richtige. Wollen Sie los? Bist du soweit? Das so? Heiratet nicht. Ich dachte, das haben wir geklärt. Du hast das geklärt. Deine Bloody Mary, Ines. Danke. Mein Gott. Siehst du großartig aus. Also, irgendwie ist das hier alles wie früher. Das bist du nicht, Becky. Bilde dir nur nichts ein, Hubertus. Du bist zwar ein fabelhafter Tänzer, aber heiraten werde ich dich deswegen nach wie vor nicht. Na dann. Danke. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe das große Vergnügen, Ihnen, Teresa Hessen und Sebastian Schneider anzukündigen. Teresa ist dafür verantwortlich, dass dieser wunderschöne Saal wieder zu neuem Leben erweckt worden ist. So schwer es mir fällt, ich habe eingesehen, dass meine Zeit hier vorbei ist. Aber ich habe eine würdige Nachfolgerin gefunden. Es ist mir eine große Freude, Ihnen zu verkünden, dass Teresa Hessen die Leitung der Möwe übernehmen wird. Bravo. Und jetzt singt sie für uns ein Lied von Sebastian Schneider. Gute Unterhaltung. Ja, links anschlagen. Und zack. Ja, aber ich lande dann immer am Bordstein. Meinst du nicht, ich bin ein bisschen zu alt für sowas? Hm, na ja, keine Beuge, aber Spatenprogramm. Klassik. Du siehst doch noch ganz gut aus. Und dann weißt du, du fährst weiter. Du fährst weiter, dann ist ein Stück, das ist eine Unverschämtheit. Kann man sich in dieser Absteige nicht mal die Haare waschen? Reicht es nicht, dass es durchs Fenster regnet? Ich werde mich beschweren. Dann wird diese Bruchbude geschlossen. Ging Ihnen das heiße Wasser aus, als Sie gerade unter der Dusche standen? Ich weiß, wie lästig das ist. Ich hole Ihnen ein Handtuch. Und Sie trinken ganz in Ruhe einen Cocktail. Und wenn Sie den ausgetrunken haben, ist wieder heißes Wasser da. Gibt es den umsonst? Selbstverständlich. Hören Sie sich ein bisschen umsiehen. Bitte. Ich weiß ja, dass Tränen repariert werden muss. Außen ruhig und innen. Früher, als wir noch in Ferienheim waren, hat das keinen geschert. Glauben Sie mir, es haben sich alle bei mir sehr, sehr wohl gefühlt. Aber jetzt, ich kriege einfach das Geld nicht zusammen. Vielleicht sollte ich einfach aufgeben und 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 alles verkaufen. Oh. Hallo. Ich bin's. Wir wieder da. Da ist ja mein süßer, kleiner Spatzi Jonas. In meinen Fußboden kannst du nicht wenigstens deine Schuhe ausziehen. Was ist denn mit dir los? Wird echt Zeit, dass Mama wiederkommt? Nein, findest du. Da ist sie offenbar anderer Ansicht. Du kommst überhaupt nicht klar ohne sie, stimmt's? Wann sie nicht? Kommt wunderbar klar. Von mir aus kann sie wegbleiben, solange sie will. Ach. Du brauchst gar nicht so zu grenzen. Schau dich da rum. Ist alles tiptop hier. Ich möchte mal wissen, wann deine Mutter das letzte Mal den Tiefkühlschrank abgetaut hat. Was eigentlich denkt sie, hier bricht alles zusammen ohne sie. Von wegen. Also, für mich ist es richtig blöd. Mit Jonas. Ich versteh das nicht. Sie war noch nie allein weg. Ich mein, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich wohlfühlt dabei. So toll ist das nämlich nicht, wenn man daran gewöhnt ist, dass immer jemand da ist und plötzlich ist er nicht mehr da. Und gestern zum Beispiel bin ich nach Hause gekommen und dann hab ich angefangen, laut mit ihr zu reden, bis mir eingefallen ist, dass sie ja nicht da ist. Weißt du, wie man sich da vorkommt? Wie der größte Idiot. Wie ist denn das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ich bin dir aber schön. Vielen Dank, mein Sohn. Ist deine alte Mutter schon 45? Und wie alt ist der? Der ist ganz frisch. Du, die Trikots, die brauche ich bis morgen Abend, ne? Mhm. Hast du da keinen O-Saft? Ja. Sag mal, kannst du mich vielleicht zum Zahnarzt fahren? Bis da raus in die Pampa. Nee. Und wenn du mir dein Auto leihst? Mama, der ist nagelneu. Das ist Handwäsche. Das ist eine Überraschung. Ach nee, Mama, das tut mir leid. Ich habe Tobi extra angerufen und gefragt und er hat gesagt, er kauft dir ein Buch. Oh, typisch. Macht doch nichts. Ihr wisst eben beide, was meine Lieblingsblumen sind. Ist doch schön. Ich glaube, er will zu dir. Was hältst du denn, Mensch? Mama, ich bin meinen alten Tennisschläger nicht. Kann ich den von Papa nehmen? Auf gar keinen Fall. Hübsch. Von Papa? Mhm. Mama, kannst du Jonas dieses Wochenende wieder nehmen? Natürlich. Hm? Oh. Meine Haare. Ich muss zum Zahnarzt. Ähm. Morgen um fünf aus der Koje. Sonntags um sechs. Meine Mutter hat sich so gefreut, als er endlich in Rente gehen wollte. Sie dachte, jetzt fahren Sie mal weg zusammen. Weiter als Wollgast. Ja, dann hat sie ihn erwischt. An seinem letzten Arbeitstag. Herzinfarkt. Meine Mutter hat das nicht verkraftet. Sie ist ein Jahr später gestorben. Es tut mir leid. Bei Ihrer Beerdigung habe ich mir geschworen, Schluss aus. Ich war Projektingenieur beim Schiffbau. Hab dauernd im Flieger gesessen. Ehe am Telefon. Kinderfehlanzeige. Und jetzt bin ich einfacher Bootsbauer. Aber ich hab Zeit, den Barpianisten zu spielen. Und bei ordentlichem Wind mach ich den Laden dicht und segel raus mit meinen Jungs. Geht alles? Klingt, als wäre das die richtige Entscheidung gewesen. Nicht für meine Frau. Wir sind seit drei Jahren geschieden. So ist das. Alles hat seinen Preis. Hm. Ich weiß, was Sie meinen. Ich bin ganz ruhig. Ich bin jönen Tag. Ich bin jönen Tag. Ja, 32 bis 20 Minuten. Ich bin jönen Tag. Ich bin jönen Tag. Haha, wie vorher. Theresa? Ach, Frau Strewing. Ja, wer? Der Mollnauer. Ja, der soll warten. Was, habe ich nicht gesagt, dass ich eine Viertelstunde später komme? Verdammt. Oh, mit der kommen wir nicht mehr weit. Wir sollten es als großes Frühstück verkaufen und 5 Euro mehr nehmen. Das macht dann 10 Euro. Genau. Also, gelb, flüssig, blau, blauenweich und grün, hart. Richtig? Richtig. Kaffee. Ich habe denen gesagt, dass wir die Einzigen sind, die Frühstück mit unterschiedlich hartgekochten Eiern machen. Da haben wir ja drin ganz schön geguckt. Ist doch ein toller USP. Ein was? Unique Selling Proposition. Was sonst keiner macht. Ist eine Marketingstrategie. Gekochte Eier ist Marketingstrategie. So was haben wir früher in der Schule nicht gelernt. Das haben wir auch nicht in der Schule gelernt. Alles Eigeninitiative. Hier. Brache, wir wollten zusammen feiern, dann bist du nicht gekommen. Ach, jetzt bin ich auch noch schuld. Weißt du eigentlich nicht, was ich momentan für Ärger habe? Dafür kann ich doch nichts. Ja, für wen mache ich mir denn diesen ganzen Stress? Doch nicht für mich. Mir wäre es lieber, wir würden mal zusammen Urlaub machen. Urlaub? Für was brauchst du denn einen Urlaub? Hallo. Was habe ich denn gesagt? Ist egal. Frau Rosenbauer, was würden Sie davon halten, wenn ich Ihnen ein paar Tage zur Hand gehe und Sie mich dafür weiter beherbergen? Ach. Hallo. Teresa. Was machst du denn da? Wo ist denn deine Mutter? Keine Ahnung, die hat meine Wäsche vergessen. Wieso kannst du eigentlich deine Wäsche nicht selber waschen? Meine Frau ist sicher gleich da. Kann ich Ihnen meinen Sohn vorstellen? Tobias, Herr und Frau Brandisi. Herr Tobi. Es tut mir leid, meine Frau ist sicher aufgehalten worden. Ah. Da ist sie ja. Sie entschuldigen mich für einen Augenblick, ja? Ja, äh, wollen Sie sich setzen? Ich muss mich für einen Augenblick, ja. Ist was mit Ihrer Frau? Ich verstehe das nicht. Entschuldigen Sie, Mama hat sich einen Job gesucht. Was denn für ein Job? Mama kann auch gar nichts. An der Ostsee? Das ist mir sehr unangenehm. Was mache ich denn jetzt? Pizza, Quattro Stagioni. Aha. Bis mehr. Oh ja, da könnte ich Ihnen Geschichten erzählen. Ach ja? Ja? Hallo? Äh, ja, ich... Moment mal. So, jetzt kann ich entschuldige. Ja, nein, später ist schlecht. Ähm, ich rufe dich nachher nochmal an, okay? Tschüss. Wo ist hier eine schöne Blumenwiese? Ja! Gut. Ihr saust jetzt los und pflückt mir Blumen. Ja, aber mindestens so lang. Ja? Und nicht klauen. Ja? Nur von der Wiese pflücken. Da gibt's 20 Cent pro Stück. Ja. Herr Schmidtbauer, haben Sie mich schon ruiniert? Nein, nein, ich ruf sie gleich zurück. Und wer die schönsten Blumen bringt, der bekommt 5 Euro extra. Also los. Nein, 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 nein. Türkis macht sie zu blass. Aber, warten Sie mal, vielleicht, vielleicht was hier. Haben Sie das alles aufgehoben? Ach, ich hab mich immer nur von meinen Männern getrennt, nie von meiner Garderobe. Nein, nein, das ist zu brav. Sie brauchen etwas... Haben Sie keinem einzigen hinterher geweint? Irgendwas Gewagteres. Mehr Dekolleté. Hinterher geweint? Ein Mann? Niemals. Abwechslung ist für mich das Salz in der Suppe. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, das glaub ich. Aber Sie sollten sich ruhig mehr trauen. So. Ach, wann war das denn? In den Zwanzigern? Ist tot schick, nicht wahr? Meine Mutter hatte damals die ganze Berliner Schickeria im Haus. Warten Sie mal. Ich glaube, ich hab da was in dem Stil. Haben Sie nie versucht, den Saal wieder so herzurichten? Ach, Sie wissen doch, die Banken sind nicht gut auf mich zu sprechen. Ist denn das Abendkleid? Vielleicht könnte ich Ihnen helfen. Da ist es ja. Was haben Sie da eben gesagt? Sie wollen mir helfen? Ja? Schon? Ach... Sie... Richard, ich hab dich gestern nicht mehr erreicht. Engelchen, ich bin schon in Hamburg. Hör zu, das hat sich ganz kurzfristig ergeben. Ich bin am Weg zum Flughafen. Ich muss da einen wichtigen Geschäftspartner abholen. Weißt du, einer von denen, um die man sich besser persönlich kümmert. Sag einmal, könntest du denn nochmal so ein richtig gutes Essen zaubern? So wie neulich für die Schmidt-Bauers? Oder wirklich toll? Nein, 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 das hab ich nicht abgehört. Wieso? Ich bin auf Usedom. Ich wollte mal was Schönes machen. Ja, wieso hast du mich denn nicht gefragt? So was kann man doch absprechen. Ja, wir hatten ja eine Absprache. Wir wollten zusammen feiern, dann bist du nicht gekommen. Ach, jetzt bin ich auch noch schuld. Weißt du eigentlich nicht, was ich momentan für Ärger habe? Dafür kann ich doch nichts. Ja, für wen mach ich mir denn diesen ganzen Stress? Doch nicht für mich? Mir wäre es lieber, wir würden mal zusammen Urlaub machen. Urlaub? Für was brauchst du denn einen Urlaub? Hallo? Was hab ich denn gesagt? Ist egal. Frau Rosenbauer, was würden Sie davon halten, wenn ich Ihnen ein paar Tage zur Hand gehe und Sie mich dafür weiter beherbergen? Ach. Hallo? Theresa? Was machst du denn da? Wo ist denn deine Mutter? Keine Ahnung, die hat meine Wäsche vergessen. Wieso kannst du eigentlich deine Wäsche nicht selber waschen? Meine Frau ist sicher gleich da. Kann ich Ihnen meinen Sohn vorstellen? Tobias, Herr und Frau Brandisi. Herr Tobi. Bitte schön. Ja, Tobias. Hallo. Es tut mir leid, meine Frau ist sicher aufgehalten worden. Ah, da ist sie ja. Sie entschuldigen mich für einen Augenblick, ja? Ja, äh, wollen Sie sich setzen? Pst. Als du die Kronig-Baustoffe aufgekauft hast, konntest du noch viel mehr locker machen. Auf Anhieb. Und das Geschäft mit Schmidbauer vor zwei Jahren. Du willst nicht, das ist alles. Du hast dich echt verändert, weißt du das? Und nicht zu deinem Vorteil. Nicht zu deinem Vorteil, meinst du wohl? Haben Sie sich schon entschieden? Ja, ich glaube, ich bin gerade dabei. Die Rechnung bitte. Gerne. Du hast gerade eine halbe Flasche Champagner nicht reingeschüttet. Du willst immer nur, dass es bequem für dich ist. Ich soll schön drauf machen, was du willst. Du kennst ja überhaupt nicht um mich. Meinst du das wirklich? Dass du mir egal bist? Weißt du wirklich, was ich derzeit für Verluste mache? Deinetwegen? Schmidbauer macht doch allein nur Blödsinn. Ich lerne es dir. Lass auf! Richard? Oh Gott! Hörst du nur mich fahren lassen? Hallo, wir brauchen dringend einen Krankenwagen. Ach doch, bitte. Ängelchen, mach bitte den Becker aus. Au! Ich weiß nicht, ob Alkohol das Richtige bei Hirnerschütterung ist. Oh, nur ein winziger Schluck. Das geht in das Zimmer Nummer zwei. Neumann. Mit den Spritzen komme ich ja vielleicht bis zur Einfahrung über die Runden. Aber nach der OP, da... bin ich erst mal weg vom Fenster. Sie müssen jetzt erst mal an Ihre Gesundheit denken. Ich... Ich habe mich gefragt, ob Sie nicht vielleicht den Laden übernehmen können. Ich... Ich kann mir einfach niemanden vorstellen, der mir lieber wäre. Denken Sie doch mal drüber nach. Hm? Ich fürchte, das geht nicht. Ich habe doch ein Zuhause. Herr Schmittbauer, ja, das sehe ich ja ein. Sie haben das bis jetzt ganz gut gemacht. Aber es kommt überhaupt nicht in Frage, dass Sie das allein verhandeln. Nein, auf gar keinen Fall. Muss ich Sie enttäuschen. Ich bin heute Nachmittag im Büro. Ja, ja, na, wir sprechen uns noch. Engelchen, pack deine Sachen. Wir fahren sofort nach Hause. Ich habe einen Riesenauftrag in Aussie. Das ist ja schön, aber da musst du alleine fahren. Ich kann jetzt hier nicht weg. Ich denke, wir haben uns wieder vertragen. Ja, natürlich, aber ich kann Elisabeth jetzt nicht im Stich lassen. Sie kann sich kaum bewegen. Das ist aber gut, ja. Also, es gibt genug Hotelfachkräfte, die dringend Arbeit suchen. Frau Rosenbau findet sofort irgendjemanden, den sie viel besser einsetzen kann als dich. Ich höre wohl nicht richtig. Du brauchst mich jetzt nicht länger zu verkriechen, Engelchen. Das haben wir doch geklärt, oder? Sag mal, vermisst du mich denn gar nicht, wenn ich nicht da bin? Also, ich tue das. Doch, aber ich habe hier zufällig Arbeit und Verantwortung, genau wie du. Das ist ja wohl nicht das Gleiche. Es hat sich nichts geändert. Es geht wieder mal nur um mich. Du erwartest doch nicht, dass ich deine Serviermädchen-Eskapaden ernst nehme. Du glaubst immer noch, ich tauge nur zum Hemdenbügeln. Frau Rosenbauer hat mir sogar angeboten, die Möfe zu übernehmen. Also, wenn du das tust, lasse ich mich scheiden. Ja, dann mach doch! Ja, mach ich auch. Das ist ja wohl nicht. Du hast doch mal vergessen! Sie war noch nie allein weg. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich wohlfühlt dabei. So toll ist das nämlich nicht, wenn man daran gewöhnt ist, dass immer jemand da ist und plötzlich ist er nicht mehr da. Und gestern zum Beispiel bin ich nach Hause gekommen und habe ich angefangen, laut mit ihr zu reden, bis mir eingefallen ist, dass sie ja nicht da ist. Weißt du, wie man sich da vorkommt? Wie der größte Idiot. Mama vermisst dich bestimmt auch. Also nochmal bitte ich sie nicht zurückzukommen. Wenn sie gar nicht wiederkommen will? Was soll denn das heißen? Natürlich will sie zurückkommen. Und wenn nicht, dann muss ich sie eben holen. Du hast doch immer noch uns, Papa. 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 Das war's für heute. 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 Sebastian. Zu mir oder zu dir? Ähm, warte mal. Das ist so lange her, dass ich... Ich muss erst mal zu mir kommen. Vielleicht später. Das weiß ich noch nicht. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir haben einen reizenden Gast und ich habe gar keinen Überblick, welche Zimmer schon abgeglichen sind. Wir haben einen Gast? Ja. Das war's für heute. Ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Wir haben mit. Wir haben mitgekriegt, dass Sie sich schon Gedanken machen für später sozusagen. Mach's doch nicht immer so umständlich. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Ich bin Leiter der PR-Abteilung bei einem großen Konzertveranstalter im Ruhrgebiet. Dem größten. Ich hätte für den Herbst noch eine Trainee-Stelle zu vergeben. Sie. Genau die richtige. Hören Sie los? Bist du soweit? Bist du das? Bist du nicht? Nein, erhalte mich. Ich dachte, das haben wir geklärt. Du hast das geklärt. Deine Bloody Mary, Ines Danke Mein Gott Siehst du großartig aus Also irgendwie ist das hier alles wie früher Das ist doch nicht, Betty Bilde dir nur nichts ein, Hubertus Du bist zwar ein fabelhafter Tänzer Aber heiraten werde ich dich deswegen nach wie vor nicht Na dann Danke Meine sehr verehrten Damen und Herren Ich habe das große Vergnügen Ihnen Theresa Hessen und Sebastian Schneider anzukündigen Theresa ist dafür verantwortlich dass dieser wunderschöne Saal wieder zu neuem Leben erweckt worden ist Applaus So schwer es mir fällt Ich habe eingesehen, dass meine Zeit hier vorbei ist Aber Ich habe eine würdige Nachfolgerin gefunden Es ist mir eine große Freude Ihnen zu verkünden dass Theresa Hessen die Leitung der Möwe übernehmen wird Bravo Applaus Und jetzt singt sie für uns Ein Lied von Sebastian Schneider Gute Unterhaltung Gute Unterhaltung Unverschämtheit Kann man sich in dieser Absteige nicht mal die Haare waschen? Reicht es nicht, dass es durchs Fenster regnet? Ich werde mich beschweren Dann wird diese Bruchbude geschlossen Ging Ihnen das heiße Wasser aus als Sie gerade unter der Dusche standen? Ich weiß, wie lästig das ist Ich hole Ihnen ein Handtuch Und Sie trinken ganz in Ruhe einen Cocktail Und wenn Sie den ausgetrunken haben ist wieder heißes Wasser da Gibt es den umsonst? Selbstverständlich Können Sie sich ein bisschen umsiehen? Bitte Ich weiß ja, dass Tränen repariert werden muss Außen hoch und innen Früher, als wir noch in Ferienheim waren Da hat das keinen geschert Glauben Sie mir Es haben sich alle bei mir sehr, sehr wohl gefühlt Aber jetzt Ich kriege einfach das Geld nicht zusammen Vielleicht Sollte ich einfach aufgeben Und alles verkaufen? Hallo! Ich bin's, wir wieder da! Da ist ja mein süßer, kleiner Spatzi-Jonas In meinen Fußboden Kannst du nicht wenigstens deine Schuhe ausziehen? Was ist denn mit dir los? Wird echt Zeit, dass Mama wiederkommt? Nein, findest du Da ist sie offenbar anderer Ansicht Du kommst überhaupt nicht klar ohne Sie, stimmt's? Wollen Sie nicht? Komm wunderbar klar Von mir aus kann sie wegbleiben, solange sie will Ach Du brauchst gar nicht so zu grinsen Schau dich da rum Ist alles tipptopp hier Ich möchte mal wissen, wann deine Mutter das letzte Mal den Tiefkühlschrank abgetaut hat Wahrscheinlich denkt sie, hier bricht alles zusammen ohne sie Von wegen Also, für mich ist es richtig blöd Mit Jonas Ich versteh das nicht Sie war noch nie allein weg Ich mein, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich wohlfühlt dabei So toll ist das nämlich nicht Wenn man daran gewöhnt ist, dass immer jemand da ist Und plötzlich ist er nicht mehr da Und gestern zum Beispiel Bin ich nach Hause gekommen Und da hab ich angefangen, laut mit ihr zu reden Bis mir eingefallen ist Dass sie ja nicht da ist Weißt du, wie man sich da vorkommt? Wie der größte Idiot Mama vermisst dich bestimmt auch Also nochmal bitte ich sie nicht zurückzukommen Wenn sie gar nicht wiederkommen will Einfach Unwiderstehlich Oh, danke schön Ich finde sie auch unwiderstehlich Vor allem in diesen gefährlichen Schuhen Sie sind ja noch gefährlicher, als ich dachte Also nochmal vielen Dank Ich muss da mal Wohin denn? Weiter, ich muss weiter Wohin denn? Ich muss weiter Wie kann ich Ihnen helfen? Ich hätte gerne ein Zimmer. Doppel oder einzeln? Und bleiben Sie übers Wochenende? Nur eine Nacht. Ein Einzelzimmer. Wissen Sie was? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Unser schönstes Zimmer ist gerade frei geworden. Das gilt zwar als Doppelzimmer, aber ich kann es Ihnen ein bisschen billiger geben. Sagen Sie mir Ihren Namen. Theresa Jessen. Theresa. Das hat was. Ich bin Annette. Huch. Also, wenn Sie es nicht als Trampolin benutzen, hält es. Sicher. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist dieses Zimmer wirklich super. Allein schon wegen dem Meerblick. Ja. Wunderschön. Ich war so lang nicht mehr am Meer. Ich kann Ihnen nur empfehlen, morgens als erstes im Bad zu sein. Das ist die Mailbox von Richard Jessen. Nachrichten bitte nach dem Signaltun. Immer in deine blöde Mailbox, Richard. Du, ich habe was ganz Verrücktes gemacht. Ich bin einfach nach dem Zahnarzt im Bus gestiegen nach Usendom. Wir hätten mal schon längst noch mal... Herr Neumann, ich dachte, das hätten wir geklärt, dass... ...dass ich nicht mehr. Haben Sie was dagegen, wenn ich fahre, Herr Neumann? Das können Sie einem Kavalier nicht zumuten, Frau Jessen. Selbstverständlich fahre ich Sie. Ich fürchte, ich kann nur mit Ihnen essen fahren, wenn Sie mich an die Steuer lassen. Der Leser macht jetzt kein Theater. Danke schön. Entspannen Sie sich, Herr Neumann. Gucken Sie mal aus dem Fenster. Ich finde den Blinker auch ohne, dass Sie mir dauernd auf die Finger starren. Entschuldige. Du fährst erstaunlich gut. Ich weiß. Sorry. Oh Gott. Was ist? Der Wagen ist völlig unversehrt. Dad. Okay. Okay. Danke. Bitte sehr. Bitte sehr, ihr seid zum Wohl. Was ist das? Teresa, komm bitte wieder mit nach Hause. Am besten gleich morgen. Du gehörst einfach nicht hierher. Ich weiß, dass ich manchmal die reinste Landplage sein kann. Und das tut mir auch leid. Aber ohne dich bin ich nur ein halber Mensch. Möchtest du nicht meine Frau bleiben? Möchtest du nicht? Möchtest du nicht? Musik Verstaunen Sie was? Was für ein wunderschöner Raum. Warum wird der nicht mehr genutzt? Die Leute haben keine Lust mehr zu tanzen. Die gehen lieber früh ins Bett. Das ist aber schade. Theresa? Ja? Haben Sie einen Moment Zeit für mich? Ich habe noch zu tun. Ich helfe Ihnen. Nein, Frau Strehling, Sie rufen mich immer vorher an. Ob es wichtig ist oder nicht, das entscheide ich schon selbst. Nein, Sie fragen nicht erst den Schmidbauer. Herrgott, nochmal. Haben Sie mir nicht zugehört? Was? Ich rede nicht mit Ihnen wie mit meiner Frau, Frau Strehling. Ich möchte Ihnen etwas geben. Ich habe ein Lied für Sie geschrieben. Ich habe ein Lied für Sie geschrieben. Ich habe es nicht zugehört. Nicht so, ich habe es nicht zugehört. Nein, Sie haben sie gesagt. Ich habe es nicht zugehört. Ich habe es nicht zugehört. Musik Musik Guten Tag Wie kann ich Ihnen helfen? Ich hätte gerne ein Zimmer Doppel oder einzeln? Und bleiben Sie übers Wochenende? Nur eine Nacht, ein Einzelzimmer Wissen Sie was? Ich mache Ihnen einen Vorschlag Unser schönstes Zimmer ist gerade frei geworden Das gilt zwar als Doppelzimmer, aber ich kann es Ihnen ein bisschen billiger geben Sagen Sie mir Ihren Namen? Teresa Jessen Teresa Das hat was Ich bin Annette Also wenn Sie es nicht als Trampolin benutzen, hält es Sicher Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist dieses Zimmer wirklich super Allein schon wegen dem Meerblick Ja Wunderschön Ich war so lange nicht mehr am Meer Ich kann Ihnen nur empfehlen, morgens als erstes im Bad zu sein Das ist die Mailbox von Richard Jessen Nachrichten bitte nach dem Signaltun Immer in deine blöde Mailbox, Richard Du, ich habe was ganz Verrücktes gemacht Ich bin einfach nach dem Zahnarzt im Bus gestiegen Nach Usendom Hätten wir schon längst mal machen sollen Ist wunderschön hier Ähm, ja, ich bin morgen wieder da Achso, ja, hoffentlich warst du erfolgreich in Stuttgart Hm? Also ich melde mich später nochmal, ja Kuss, kuss, kuss Weißt du, man liest erst in die Kühe ein Mit Jonas Ich verstehe das nicht Sie war noch nie allein weg Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich wohlfühlt dabei So toll ist das nämlich nicht Wenn man daran gewöhnt ist, dass immer jemand da ist Und plötzlich ist er nicht mehr da Und gestern zum Beispiel bin ich nach Hause gekommen Und dann habe ich angefangen, laut mit ihr zu reden Bis mir eingefallen ist, dass sie ja nicht da ist Weißt du, wie man sich da vorkommt? Wie der größte Idiot Mama vermisst dich bestimmt auch Also nochmal bitte ich sie nicht zurückzukommen Wenn sie gar nicht wiederkommen will Was soll denn das heißen? Natürlich will sie zurückkommen Und wenn nicht, dann Dann Muss ich sie eben holen Du hast doch immer noch uns, Papa Schöter Kannst du? Kannst du nicht? Amen. Was ist das für ein wunderschöner Raum? Warum wird der nicht mehr genutzt? Die Leute haben keine Lust mehr zu tanzen. Die gehen lieber früh ins Bett. Das ist aber schade. Theresa? Ja? Haben Sie einen Moment Zeit für mich? Ich bin gerade unter der Dusche standen. Ich weiß, wie lästig das ist. Ich hole Ihnen ein Handtuch. Und Sie trinken ganz in Ruhe einen Cocktail. Und wenn Sie den ausgetrunken haben, ist wieder heißes Wasser da. Gibt es den umsonst? Selbstverständlich. Hören Sie sich ein bisschen umsiehen. Bitte? Ich weiß ja, dass dringend repariert werden muss. Außen ruhig und innen. Früher, als wir noch ein Ferienheim waren, hat das keinen geschert. Glauben Sie mir, es haben sich alle bei mir sehr, sehr wohl gefühlt. Aber jetzt... Ich kriege einfach das Geld nicht zusammen. Vielleicht sollte ich einfach aufgeben und alles verkaufen. Hallo! Ich bin's, wir wieder da! Da ist ja mein süßer kleiner Spatzi-Jonas In meinen Fußboden kannst du nicht wenigstens deine Schuhe ausziehen Was ist denn mit dir los? Wird echt Zeit, dass Mama wiederkommt Findest du, weil sie offenbar anderer Ansicht Du kommst überhaupt nicht klar ohne sie, stimmt's? Wahnsinn, ich komm wunderbar klar Von mir aus kann sie wegbleiben, solange sie will Ach Du brauchst gar nicht so zu grenzen, schau dich doch um Ist alles tipptopp hier Ich möchte mal wissen, wann deine Mutter das letzte Mal den Tiefkühlschrank abgetaut hat Wahrscheinlich denkt sie, hier bricht alles zusammen ohne sie Von wegen Also, für mich ist es richtig blöd Mit Jonas Ich versteh das nicht Sie war noch nie allein weg Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich wohlfühlt dabei So toll ist das nämlich nicht Wenn man daran gewöhnt ist, dass immer jemand da ist Und plötzlich ist er nicht mehr da Und gestern zum Beispiel Bin ich nach Hause gekommen Und dann hab ich angefangen, laut mit ihr zu reden Bis mir eingefallen ist Dass sie ja nicht da ist Weißt du, wie man sich da vorkommt? Wie der größte Idiot Mama vermisst dich bestimmt auch Also nochmal bitte ich sie nicht zurückzukommen Wenn sie gar nicht wiederkommen will Was soll denn das heißen? Natürlich will sie zurückkommen Und wenn nicht, dann Muss ich sie eben holen Du hast doch immer noch uns, Papa Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.